Gerne zeige ich dir wie du einzelne Zellen schützen kannst. Das heisst hier habe ich jetzt eine Formel die dann mir da die Punkte zusammenrechnet und dann schlussendlich eine Note draus macht und diesen Teil da den möchte ich jetzt schützen damit der nicht überschrieben wird. Das heisst ich gehe folgendermassen vor. Als erstes da oben auf Start, dann Ausrichtung, da hinten Schutz und da muss das Häklein gesperrt weg sein. Das heisst okay. Anschliessend markiere ich die Felder in denen ich schreiben kann. Das wäre jetzt der Bereich da und der da hinten mit gedrückter Kontrolltaste kann ich da diesen Bereich da markieren. Das wird der Bereich sein der nachher nur noch veränderbar ist. Also alles was ringsherum ist wird geschützt. Anschliessend gehe ich auf Datei, dann Informationen, Arbeitsmappe schützen und anschliessend aktuelle Tabelle schützen. Hier gebe ich ein Passwort ein und wenn ich jetzt da zum Beispiel das danach anklicke, dann wird es mir auch die Formel zur Berechnung nicht mehr zeigen. Das mache ich auch und klicke dann auf ok. Hier gebe ich dann noch einmal mein Passwort ein und so und jetzt ist das da gesperrt. Wenn ich jetzt da hinein klicke, da kann ich nichts machen, da kann ich einen Wert einfüllen, da kann ich auch was schreiben. Da oben ist nicht möglich, da kann ich nicht hinschreiben, da geht es auch nicht. Also das heisst, all das was da frei war, also dieser Teil und der da hinten ist beschreibbar. Alle ganzen restlichen Teile sind gesperrt. Deine 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 Deine